was bisher geschah. Jetzt haben wir aber lange genug gewartet. Ich beantrage den Erlass eines Versäumnisurteils. Hiermit erhebe ich Einspruch gegen das Versäumnisurteil des Amtsgerichts Bamberg vom 09.03.2018 Aktenzeichen 3C 123 aus 18 4.04.2018 Einspruchstermin Das kann doch nicht sein. Die Gegenseite ist schon wieder nicht da. Ich beantrage wieder den Erlass eines Versäumnisurteils. Hallo und herzlich willkommen zum Kurs ZPO 1. In dieser Lektion geht es um das zweite Versäumnisurteil. Dieses ist in § 345 ZPO normiert. Einer Partei, die den Einspruch eingelegt hat, aber in der zur mündlichen Verhandlung bestimmten Sitzung oder in derjenigen Sitzung, auf welche die Verhandlung vertagt ist, nicht erscheint oder nicht zur Hauptsache verhandelt, steht gegen das Versäumnisurteil, durch das der Einspruch verworfen wird, ein weiterer Einspruch nicht zu. Dieser Satz ist etwas verschachtelt, aber wenn man die Voraussetzungen nach und nach durchgeht, ist die Norm gar nicht so schwer, wie sie vielleicht auf den ersten Blick aussieht. Damit ein zweites Versäumnisurteil ergehen kann, ist erforderlich, dass der Einspruch zulässig war. Außerdem muss eine Säumnis des Einspruchsführers im Einspruchstermin vorliegen. Diese Voraussetzung hat zur Konsequenz, dass in den folgenden Fällen kein zweites, sondern ein erstes Versäumnisurteil vorliegt. In der ersten Konstellation war der Beklagte im ersten Termin säumig. Im Einspruchstermin ist dann die Klägerin säumig. Es ergeht also ein erstes Versäumnisurteil gegen die Klägerin. Auch in der zweiten Konstellation war der Beklagte im ersten Termin säumig. Im Einspruchstermin sind alle Beteiligten anwesend. Im darauffolgenden Termin ist der Beklagte wieder säumig. Auch in diesem Fall ergeht ein erstes Versäumnisurteil, dieses Mal aber gegen den Beklagten. Dadurch, dass das zweite Versäumnisurteil einen Spezialfall zum ersten Versäumnisurteil darstellt, ist auch dort ein Prozessantrag erforderlich. Außerdem darf kein Ausschuss nach den Paragraphen 335 und 337 ZPO vorliegen. Zuletzt stellt sich noch die Frage, ob das erste Versäumnisurteil rechtmäßig ergangen sein muss. Dafür spricht, dass das Gericht ansonsten sehenden Auges eine falsche Entscheidung treffen müsste. Außerdem wird angeführt, dass ja nach Paragraph 342 ZPO der Prozess zurückversetzt wird. Das ist allerdings ein ziemlich schwaches Argument, das uns nie ein zweites Versäumnisurteil ergehen könnte. Bei konsequenter Fortführung dieses Arguments müsste nämlich auch das erste Versäumnisurteil weggedacht werden. Paragraph 342 ZPO darf also nicht zu weit ausgelegt werden. Die besseren Argumente sprechen dafür, dass nicht geprüft werden muss, ob das erste Versäumnisurteil rechtmäßig ergangen ist. Ein starkes Argument ist der Umkehrschluss aus Paragraph 307 Absatz 6 ZPO. Dort ist ausdrücklich geregelt, dass der Vollstreckungsbescheid aufgehoben wird, soweit die Voraussetzungen des Paragraphen 331 ZPO vorliegen. Dadurch, dass für das Versäumnisurteil keine solche ausdrückliche Regelung vorliegt, ist davon auszugehen, dass der Gesetzgeber keine nachträgliche Prüfung der Rechtmäßigkeit eines ersten Versäumnisurteils gewollt hat. Darüber hinaus wurde die Gesetzmäßigkeit des Versäumnisurteils bereits geprüft. Die säumige Partei darf jetzt nicht darauf hoffen, dass das Gericht seine Rechtsauffassung ändert. Bei einem Einspruch nach einem Vollstreckungsbescheid ist aber, wie bereits erwähnt, eine Überprüfung der Rechtmäßigkeit nach Paragraph 700 Absatz 6 ZPO erforderlich. Jetzt wissen wir, was die Voraussetzungen für das zweite Versäumnisurteil sind. Bisher sind wir aber noch nicht darauf eingegangen, welche Rechtsfolgen sich daraus ergeben. Das schauen wir uns jetzt an. Nach Paragraph 345 ZPO ist der Einspruch nicht statthaft. Die einzige Möglichkeit, sich gegen das zweite Versäumnisurteil zu Wehr zu setzen, ergibt sich aus Paragraph 514 Absatz 2 ZPO. Ein Versäumnisurteil, gegen das der Einspruch an sich nicht statthaft ist, unterliegt der Berufung oder Anschlussberufung insoweit, als sie darauf gestützt wird, dass der Fall der schuldhaften Versäumung nicht vorgelegen habe. Das heißt, nur dann, wenn die Versäumung entschuldigt war, besteht eine Möglichkeit, das zweite Versäumnisurteil aus der Welt zu räumen. Das ist auch sinnvoll, weil der Prozess sonst verzögert werden könnte. Wichtig in diesem Zusammenhang ist, dass Paragraph 514 Absatz 2 ZPO einen Gleichlauf der Prüfungsinstanzen voraussetzt. Denn ansonsten hätte der Einspruchsrichter mehr zu prüfen als der Berufungsrichter. Es sind also alle Umstände zu prüfen, die der Einspruchsrichter vor Erlass des zweiten Versäumnisurteils zu prüfen hat. Das führt dazu, dass das Berufungsgericht bei einem vorausgehenden Vollstreckungsbescheid auch die Zulässigkeit und Schlüssigkeit der Klage zum Zeitpunkt der Entscheidung über den Einspruch prüfen muss. Bei einem vorausgehenden Versäumnisurteil ist diese Prüfung aber nicht erforderlich, weil diese Voraussetzungen, wie bereits erwähnt, vom Einspruchsrichter nicht geprüft werden. Kommen wir nun zur Zusammenfassung. Das zweite Versäumnisurteil nach Paragraph 345 ZPO hat folgende Voraussetzungen. Es muss ein zulässiger Einspruch vorliegen. Außerdem muss der Einspruchsführer im Einspruchstermin säumig sein. Es muss ein Antrag gestellt werden und es darf kein Ausschluss nach den Paragraphen 335 und 337 ZPO vorliegen. Problematisch ist, ob eine Prüfung der Rechtmäßigkeit eines ersten Versäumnisurteils oder eines Vollstreckungsbescheids erforderlich ist. Nach Paragraph 700 Absatz 6 ZPO ist bei einem vorausgehenden Vollstreckungsbescheid eine Überprüfung der Rechtmäßigkeit erforderlich. Nach der herrschenden Meinung ist eine Prüfung der Rechtmäßigkeit bei einem vorausgehenden Versäumnisurteils nicht erforderlich. Argument hierfür ist der Umkehrschluss aus Paragraph 700 Absatz 6 ZPO. Nach Paragraph 345 ZPO kann gegen ein zweites Versäumnisurteil kein Einspruch eingelegt werden. Nach Paragraph 514 Absatz 2 ZPO ist aber eine eingeschränkte Berufung statthaft. In diesem Zusammenhang ist der Gleichlauf der Instanzen zu beachten. Das führt dazu, dass das Berufungsgericht bei einem vorausgehenden Vollstreckungsbescheid auch die Zulässigkeit und Schlüssigkeit der Klage prüft, bei einem vorausgehenden Versäumnisurteil aber nicht. Das war die Lektion, das zweite Versäumnisurteil. Ich hoffe euch hat das Video gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.